Düsseldorf Flughafen Düsseldorf Flughafen Düsseldorf Flughafen 42 nach Münzen-Westfalen-Hauptbahnhof über Mühlheim an der Ruhr, Planmeskabfahrt um 14.02 Uhr vom Gleis 8 und Anitta City Express nach Dortmund-Hauptbahnhof über Essen-Hauptbahnhof, Planmeskabfahrt um 14.02 Uhr, heute Fahrer auf Silikum 14.08 Uhr vom Gleis 12. Für weitere Informationen, Sie in Anschlusszügen, achten Sie bitte auf der Lautsprechung auf den Bahnsteig. Unser nächster Planmeskabfahrt ist Durchsburg-Hauptbahnhof. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Station Duisburg Hauptbahnhof Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Krefeld, Oberhausen und Wiesel sowie zur Stadtbahn Ausstieg in Fahrtrichtung links Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020